BAM 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 Junge, meine, was ist denn aus? Junge, jetzt gib ihm den Rest! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von UFC. Denn heute wird sich ordentlich auf die Fresse geschlagen bei diesem wunderbaren Spiel. Wir werden auch gleich einen Schnellkampf machen. Was das Ganze genau ist, das werdet ihr ziemlich selbst erklären. Guckt euch die Leute an. Ich wollte schon immer mal Peter was aufs Maul hauen. Aber dann hätte die Polizei gerufen. Und dementsprechend werden wir jetzt mal gucken. Falls ihr mehr Bock darauf habt. Das war sehr, sehr geiles Deutsch von mir. Dann lasst eine kleine Bewertung da. Vielleicht spielen wir da mal gegen Revi oder so. Den hatte ich schon mal gefragt, ob er Bock hat. Alter, ich nehme jetzt hier auf jeden Fall Cain Valesquez. Er hat keine Ahnung von diesem Spiel. Beziehungsweise von den Kämpfern. Ich hau dich zu klump, Alter. Junge, ich mach dich klump. Ich hau dich zu klump. Ich gehe nur auf deinen Beinen. Ich gehe nur auf deinen häsligen Kopf. Junge, so sahst du mal aus, Peter. Guck mal hier, komm hier. Junge, fast ein richtiger Zwilling. Du sagst, hab ich hier noch eine Kette? Nee, Alter. Ich bräuchte auch noch. Junge, jetzt gibt's auch einen Kopf, Peter. Jetzt kassierst du ihn. Du hast meinen Joghurt weggegessen, Alter. Patz, Alter. Ich bin übrigens auf der linken Seite. Junge, hör auf, mir ins Gesicht zu boxen. Ich hab doch gesagt, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Ich bin da... Jetzt... Nein, Junge! Oh, gut. Weggegangen da. Junge! Jetzt liegt er auf Boden. Ich hab doch ein Fälle gedrückt. Jetzt kassiert er... Jetzt kassiert er auf Boden, Junge. Schiedrichter! 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 Oh, nicht! Na! Junge, jetzt muss ich... Guck, der dein Kopf glüht, Junge. Peter, Alter. Jetzt musst du dir den Gong retten. Nee, nee, nee. Du mit deinen blöden Kicks, Alter. Mein Kopf ist... Was? Bam, Junge! Junge, jetzt geht er auf. Nein! Oh, jetzt! Nein! Nein! Ich wollte doch rumpacken. Ich wollte nur so einen Griff machen, Alter. Junge. Ey, dieses Spiel... Nochmal kurz, Leute. Äh... Ich mein... Guck dir das an, Peter. Und dann! Was, Junge? Was? Und da bin ich schon bewusstlos, Alter. Und da bin ich schon bewusstlos, Alter. Guck mal da. Peter! Peter! Boots! Junge. Ey, bevor jetzt hier jemand mit Gewalt oder sonst was, Leute. Bei GDA ballern die Leute mit Waffen durch die Gegend. Und verteilen Kopfschüsse. Und jetzt guck mal, da steht auch wieder. Ist alles easy. Ja, das bist ja auch du. Du steht ja nicht. Ja, bei dir geht's auch. Guck, da bist du. Junge. Ich hab'n Torban an. Nee, doch nicht. Torban, Junge. Das ist Mütze. Oh! Junge, wer ist das denn? Den hab' ich doch genommen. Ach, den hast du! Ach, wegen dem Schnurrbart! Ja, deswegen. Junge, er hat ja den Weltbesten. Ja, warte mal. Dann brauch' ich einen, der auch so einen coolen Schnurrbart hat. Gucken. Der hat grüne Haare. Hier, der, der als nächstes kommt. Der Junge, der zerstört sich. Scott Jorgensen. Scott Jorgensen. Alter, Scott, der wird jetzt deinen komischen Typ dann einpacken, Alter. Alter, ich hab' noch so richtig alte, alte Karate-Box-Moves drauf. Hier, das halt so gemacht haben. Also, ich hab' einfach Kicks verteilen, Alter. Kicks für die Facecam-Kick. Du, der hat's aber kaum gesehen, Alter. Einfach feilig schnell. Okay, komm. Guck mal. Ian McHale. Sind ja beide krass tätowiert, ey. Creepy? Was verrückt ist, Alter. Guck mal, der grins. Hey, ich freu' mich auch. Alter, mit meinem Iro. Boah. Boah. Boah, Junge, hör auf mein Bein! Ja, ich spiel' ja creepy, Alter. Ja, guter Hacker. Ja, guter Front-Kick. Mann, dass du wegkommst. Den mag er auch sein. Boah! Oh! Junge, geh drauf da! Ja, nein! An die Presse ein! Junge, da blutet doch irgendjemand. Ja, er steht wieder auf. Junge, mach, dass du wegkommst! Wenn du kuscheln willst, Alter! Boah! Boah! Junge! Jetzt schleich ich ihn tot! Jetzt schleich ich ihn tot! Oh Gott, nein! Oh, der kommt! Oh Gott! Boah! 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 Junge, bleib weg! Bam 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 bam! Ahahahah! Junge, mach doch! Was denn aus?! Junge, jetzt gib ihm, gib ihm den Rest! Gib ihm den Rest! Oh! Boah, Alter! Was ist denn immer, wie er grad ausgerastet ist? Junge, jetzt komm' alter! Der ist ein Punching Ball! Nein! Junge und jetzt! Nein! Ah, Peter, du weißt was hier blüht. Warte, ich lass dich mal ein bisschen. Kannst du noch? Und jetzt... Ich darf nicht noch mal zu Boden gehen, das ist das Problem. Wieso? Auch bei der UFC? Jo, hör auf! Paz! Paz! Junge und jetzt! Wieso drückst du immer auf's Start? Weil ich auf der Sehne immer so nervös bin. Junge. BATZ! Nein, bitte nicht! Oh Mann, Patz! Das kann nicht sein! Auf die Nase! Guck mal, oh, die alte, die alte Magaroni, ey. Hilf mir, hilf mir! Oh, die Gun. Guck mal, nur ein... Boing! Und da spritzt das Blut aus dem Auge. Junge, Kampf des Jahrhunderts. Boing! Ach, Bro, Alter. Boing! Oh Mann. Da ist er, da geht er, K.O., Alter. Ja, Bruce Buffer, du musst nichts verkünden! Junge, ich hab gewonnen! Ach! Einen Rückkampf? Oder wollen wir noch... Lass mal mit den Frauen, wir machen den Rückkampf mit den Frauen. Als Finale gibt es jetzt hier sexy Ladies, denn die prügeln sich scheinbar auch ziemlich gerne. So, Peter. Jetzt gibt es auf die Fresse. Du hast mir den Kerl geklaut, Alter! Bam! Bam, Alter! Bam! Gut. Alter, was machst du denn da? Alter, Suplex! Oh Gott! Junge, hör auf meine Bubis anzufassen! Junge, jetzt, 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 jetzt klopp ich dir deinen Kopf zu Matsch, Alter! Oh! Oh! Ist auch sehr schön den Arm verloren! Jetzt gibt's auf die Fresse! Jetzt gibt's auf... Junge, hör auf mich an deinen Bubis an! Ja, komm mal her, komm mal her! Geh mal weg von meinem Bein, Mann! Junge! Sehr schöner Kick zum Bein! Patz, Alter! Legt sich schon wieder auf den Boden, Alter! Und jetzt gibt es auf die Fresse! Was macht sie denn da? Was macht sie denn da? Wieso... Junge, wie sie... Wie sie... Wie sie... Was ist denn da los? Ah! Boah, Junge, da... Ich will mich doch verarsch, Alter! Geh doch mal da, Alter! Junge, Ronda Russo, Alter! Ja, schöner Frontkick zum Koch! Boah, ihr Gesicht sind echt überall... Oh! Oh! Oh, da geht sie drauf! Da sind wir dabei! Mann! Jawoll! Ja, Mann, ey... Guck mal, wie sie sich freut, Alter! Brrrr! Oh, Mann... Patz! Patz! Mist! Wunderbar, Alter! Da kann man seine Aggression freien Lauf landen! Das ist super! Leute, das war es mit dieser kleinen Random Runde von UFC Wenn ihr Bock habt, dass wir das vielleicht weiterzocken Vielleicht dann auch mal gegen Revi oder noch eine Runde mit Peter Dann lasst euch sehr gerne eine kleine Bewertung da Schaut auf jeden Fall bei Peter vorbei Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Während sich die beiden netten Damen da noch kurz ein wenig auf den Kopf geben Verabschiede ich mich Haut rein Ciao, ciao